So, hi zusammen. Nachdem der Saarjogge jetzt hier Fisch in die Luft gerät hat, sind wir hier beim Checky. Den findet man mindestens zwei Stellen an der Karte. Wir sind jetzt hier am San Luz River, ganz südlich von Tumbleweed. So, hier kommt ja irgendwann hoffentlich noch was Neues da unten in dem Gebiet. Wir freuen uns übrigens schon aufs Sommerupdate. Nee, er erschreckt man das Checky nicht so. Der hat ganz schön gezuckt. So, Wagendiebstahl. Anhand dem roten Figürchen da unten, neben dem Missionsnamen sieht man übrigens, dass es negative Ehre gibt, wenn man den macht. Aber, ja, uns ist das Schnuppe. Wir helfen jedem. Egal ob gut oder schlecht. Hauptsache die Bezahlung stimmt. Das ist etwas anderes. Hm. Das ist eine Addiction, see? So, wenn ich dir sage, ich brauche, dass ich mir diese Gute bekomme, dann musst du das verstehen. Es ist nur etwas, was ich muss haben. Ich muss haben. So, wenn du das hierher hin und ich habe ein Level A. Und ich habe ein Level A. Ja. So, mir müssen wir jetzt, ich wollte sagen, für Checky Holle, dann hast du da ein EP. Oh, 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 oh. So, begib dich zu Salamons Folli. Ja. Gib mir da eine gelbe Makio. Ich spürte es, was überhaupt, dass es stimmt, wenn du hierher hin, wo das Quai am Bob kommt. Das kann gut zu hin, zwar am Vandite leider auch, weil das kann natürlich auch sein. Nee, das, nee, da muss man mal hin. So, dann wollen wir noch kurz, ich bin schon voll, ich bin schon voll, ich mach mal langsam, ja. So. Ja, was ist diese? Oh, das ist eine paar. Da ist mein Level A. Sehr schön. Und heute mal der Level A. Ach, da ist übrigens so eine Stelle, wo er auch eine Partikel-Lage ist. Das ist aber nicht so gut, oder? Nee. Nee, äh, ich sei da nicht dran, so sind es gedroppt. Oh, der ist ja komisch gefeiert irgendwie. So, mal absteigen hier. Sag mal, was geht denn die noch? Hauptfall um. So, dahin lauf noch einer rum. Irgendwo. Also, ich habe da jetzt auch einer. China, komm her. Na, jetzt war ich an der vorbei. Ich muss erst mal. Dann wird er mal gut verlor. Also, irgendwie, wie meiner ist es noch? Der, der so ein Puehro, der sitzt echt gut. Muss man schon sagen. Ja, ich versorgen. So, und wir blühen noch, wir blühen noch ein bisschen. Ähm. Sehe ich auch so. Also, wir können da verschiedene Sachen kriegen. Äh, eigentlich alles Mögliche. Dynamit, Brandsätze, Munition, Schmuck. Ähm, die Geldbeträge lohnen sich meistens nicht. Hier, Silberring mit Emblem. Sehr schön. Und jetzt ist ich nicht. Klein Vieh macht acht, Mist. Joa, aber in der Zeit hast du auch andere Sachen. Aber die haben diesmal gut Schmuck, muss ich sagen. Echt? Ich habe nichts. Ich habe jetzt schon zwei Silberringe. Und eine Menge Munition. Ach, da steht Alkohol. Du bist ja aber langsam im Plündere heute. Doch, ich habe noch Gin gefunden. Was heißt Schinke? Gin. Ach, Gin. Ich denke ich auch nur an Saufen. Ah, ja, der hat aber bestanden. Oh, noch ein Schatulle. Wir sollen da wirklich mal ein bisschen, ja. Wenn da wirklich mal ein bisschen crazy sind, soll er ordentlich Alkohol saufen, bis alles verschwommen ist. Und dann auf Mission gehen. Das, äh, ja. Ich glaube, da ist euch dann wirklich schwindelig. So. Warten wir noch zur Saar-Jocke. Da kommt er schon. Und dann gehen wir mal Yalla. So. Ähm, ja, man kann natürlich auch bei der Wehe abkürzen. Ähm, ist aber je nachdem nicht unbedingt immer die Pechlösung. Gerade wenn es so höchentlich ist. Oder kommt Geheverkehr. Mal gucken, ob es diesmal reicht für die, äh, Tagesmissionen dann gerade noch. Da müssen wir ja Kutschfahrer. Aber ich glaube, du musst ja zwei Fahrer fahren. Oder hast du, äh, alles gar nicht mehr. Ich glaube, das... Ah, ich leise gar nicht mehr. Ja, du darfst hier eine Abballer. Ja, das dauert aber hier. Was ist denn noch? Wer ist zu weit weg? Da kommt er. Oh, Auszeichnung Kampf. 25 Gegner als Kutschenpassagier. Das ist ja wohl nicht. Naja, noch langsamer kann ich jetzt nicht reiten. Nö, ne, schau. Ich habe es genossen. So. Alles mitnehmen gehabt. Immer EP. Da kommen schon die Nöcher. Ja, bei mir zählt da hoch. Und steht, Distanz wird einem Truppmitglied in einem Wagen zurückgelegt. So, wie gesagt, ich habe doch gerade drüber. Jo, ganz genau. Kommt noch einer, komm. Na, komm, Tom. Na, der kann sich noch nicht entscheiden. Ha, ich war schneller. Ah, schreck. Übrigens, während dem Fahrer schießen kann auch sehr funny sein. Ja, das kann ich ja nicht. Ich kann es immer. So, jetzt kann unser Wahre Eingriff kennen und von anderen Spielern geschulden werden. Aber das finde ich, das ist irgendwie, nehmen wir so wie ganz am Anfang, das kommt ein bisschen später. Ja. Man könnte nämlich so oft Person auf... Die Zeitspanne ist relativ kurz vor, zu früher. Da kommt man fast, ja, ich habe jetzt die tägliche Herausforderung fertig. Ja. Da kommt man fast die ganze Mission über Eingriff kennen. Jetzt ist es eigentlich nur noch so ungefähr das letzte Drittel vom Wahre. Finde ich eigentlich schade, ne? Das ist natürlich schwierig. Ähm, ja. Aber naja, Missionen abgeschlossen. Ja. Ja, das ist wie man es nimmt, ja. Also ich finde es auch ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ja, wenn man selbst Missionen macht. Ja, das ist ja schon ein Vorteil, dass man so besser hinkriegt, ohne gestört zu werden. Ja, es gab ja schon manche Tage, dann hab ich ja schon massivst, wenn wir drehen, das kommen. Am Anfang, aber, ja, jetzt ist es wirklich sehr knapp. Ja, also. Das war nur noch eine Mission angezeigt, tritt von jemandem, aber das doch war super. War mal gut gemacht. Ja. So, also 0,08 Gold hat es gerne, 250 XP ungefähr. Toller Betrag habe ich mal jetzt mitgemerkt. Ähm, ja. War eigentlich eine ziemlich angenehme Mission. Ich glaube, wir haben nicht so viele Gegner dann unterwegs. Ja, danke nochmal fürs Zuschauen. Dann, äh, bis zur nächsten Mission. Ciao, ciao.